Also, es war einmal eine Prinzessin. Wer war die Prinzessin? Du. Die war sehr verliebt. Sag, wie ging das zu? Ach, das war ganz einfach. Jeder konnte sehen, dass der Prinz sehr nett war. Schon war es um mich geschehen. War er stark und schnattlich, voller Kraft und groß? Dass ein Prinz so schön ist. Ich war fassungslos. Sagte er, er liebt dich? Hat er dich geküsst? Er war so romantisch, wie's ein Prinz nur ist. Kommt erst mein Prinz zu mir und führt mich fort von hier. Ziehen wir beide ins Königsschloss ein? Ach, wer könnte da gegönter sein? Unfug. Wenn wieder Frühling ist und mich mein Prinz einst küsst und ein Vögel einst zählt, die Hochzeitsglocke klingt, dann hat sich mein Traum erfüllt. Amen. 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 Amen.